mann um mann was irgendwie versuchen geschickt ist eine ganze anzugehen hat es ist weg auch verbraucht oder natürlich jetzt habe ich noch ein bisschen leben kann man als wo sind die da hinten okay heißt ich suche es ja auch mal wieder alles ab aber hier liegt halt kaum noch was irgendwie das ist wirklich haupt problem irgendwie für muss versuchen geschickt anzugehen aber wo sind die pisser okay das sind ein paar von denen okay Das ist mir egal. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Medikett. Nice. so da ist jemand da ist jemand da bin ich hergekommen das ist nicht so gut hier zur seite ist auch nicht gut hier hinten raus vielleicht ich hab nichts mehr zum schmeißen oder ne okay das wirkt alter übertreibt doch übertreibt übertreibt das war einfach nur massaker da kommen einfach fünf leute dann was soll ich da machen da kamen fünf stücke auch langsam ist auch keine lust wenn die da die ganze zeit umzubringen muss ja 100 meinteinander machen weißt du was ich versuche ich komplett dran vorbeizuschleichen wo muss ich hin sehe ich das das ist das ist das ist das ist das ist sowohl sind die Pisser Alter, Alter Alter Ich sehe gar nicht, wo die Pisser immer herschießen alle Die kommen dann alle auf einmal Ich muss es irgendwie geschickt eingehen Von hinten oder so 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 Bisschen was schon mal eingeschnackt So Da sind die ganzen Pisser Mal gucken, ob ich hier was machen kann jetzt Nee Das Messer kann ich machen, okay Machen wir mal gerade, warum mal nicht Die kommen dann halt alle schnell ziemlich beieinander, das Problem So, wo muss ich überhaupt weiter? Das wäre mal interessant zu wissen Wo es weitergeht, dass ich weiß, ob ich das noch nicht irgendwie abkürzen kann Komm Danke Alter Nein, 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 nein Diese Spasten hast ich Den scheiß automatischen Maschinenpistolen Kann ich einfach nix gegen die anrichten Ist einfach so Das ist sogar teilweise zu Recht Alter, das darf ich nicht machen Komm, wo sind die Pisser Da ist einer Da sind Zwei, drei Alter, ohne Scheiß Alter Ich kann einfach nix machen Nein, 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 nein Spasti Ah, ciao Mann, ey Gib mir deine Munition, du Lappen Gut, das sind noch ein paar Ach so Ach so Nein Nein Mann, 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 Mann Mann, Mann, Mann Ich kann die Fisch irgendwie abkürzen. Natürlich kann ich mir die ganzen Sachen noch einsammeln, die es hier so gibt, aber hier lag immer was. Naja, jetzt anscheinend nicht mehr. Ich habe auch viel zu viel Munition, um gegen die anzustinken. Das ist das Problem. Mann, 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 Mann. Komm jetzt. Auf, Konzentration. Naja. Vor allem, ich habe gar nicht die Zeit an dem Gefecht, wenn alle auf mich wollen, das funktioniert nicht. Wir versuchen geschickter zu machen. Hier vorbei komme ich aber auch nicht. Hier legen wir alle Sachen rum, die so auf vorher schon rumlagen. So. Jetzt fehlt mir wieder Alkohol. Hammer, nice. So, wo sind die denn alle gerade? Ähm. Ja, hallo, wo seid ihr? Ach, da ist jemand. Da sind die. Okay. Auch so sehr geschickt gemacht, dass ich daran vorbei muss. So. Jetzt versuchen wir es mal gerade geschickt hier schon wieder. Okay. Okay, da kommt noch einer. und dann verschletern. Genau. Versuchen die ruhig umzubringen, das ist vielleicht auch ein Mittel. Hm. er kommt ihm die sachen okay es laufen in großen schalen hier rum jetzt wird der eine gleiche leiche entdecken alter solche wohnen söhne da darf ich einfach in dem moment nicht vorbeiziehen auch wenn ich unter stress stehe ich darf in diesem moment nicht vorbeiziehen sammeln streckt man die ganzen sachen ein die so standardmäßig sind wo ich schon weiß wo sie liegen weiter danke genau spacken das ist es kann nicht sein leute es tut mir so leid dass ich so inkompetent bin aber ich finde gerade keinen weg an ihnen vorbei das mache ich schon seit locker zwei einer folge oder zwei folgen rum und kriegst nicht geschissen die umzubringen mal ich habe noch nichts geschafft muss man sich mal sagen gott ich rede ich kann mich selbst auf meine inkompetente leistung das ist natürlich erst großartig rum ja ja kommen gegen gegen echte menschen dieses alles anders aus und dann weg mit mir die du lappen Danke. So, Mia. Erstmal gucken. Geht hier irgendwas? Nee, das geht nicht. 1, 2, 3, 4, 3, 5, 5 sind schon mal. Alter, ohne Scheiß. Kopf runter. Alter, Kopf runter. Wer nervt mich denn da hinten? Alter, ich komm nicht mal zum Schießen. Alter. Ja, toll, da kann ich nichts machen, Leute. Tut mir leid. Ach, da hab ich gebraucht. Ich hab mich gerade auf. Ich kann nichts machen hier. Ich werd direkt gekillt. Was soll ich denn da machen? Die kommen mit Scheißmaschinen. Ich krieg keine. Ja, ich muss die in Ruhe Sneaky alle killen. Ja, aber da hab ich kein... Oh, egal, mach ich jetzt. Ich weiß egal, ob es jetzt drei Stunden dauert. Ich mach jetzt Sneaky, ist mir wurscht. Ach, komm, zack. So, komm. Ich guck mal auf die Zeit. Ja, ja, ein paar Minuten hab ich noch. Letzter Versuch. Ansonsten muss ich leider inkompetent diese, ja. Diese, sie sind... Die Aufnahme beenden. Ja, jetzt haben die mich ja schon gesehen. Ist ja gut. Mhm. Das war Euronie. Nur sehen von. Ich muss gucken, als ich die irgendwie Sneaky gekillt kriege. Alles andere macht keinen Sinn. Ah, Scheiße. Musik. Fuck U, fuck U, fuck U. Ist dir das alles wert? Verdammt nochmal! Los, Hände weg von ihm! So, ich glaub, hier geht's weiter. Ich hoffe es jedenfalls. So, ich glaub, hier geht's weiter. Ich hoffe es jedenfalls. Aua, 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 nein, 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 nein. Ja, komm, hier kann ich nichts machen. Ja, toll. Ich hätte auch einfach noch zu wenig leben. Bitte lass mich da spawnen. Bitte lass mich da spawnen. Nice. Puh, schnell, ich muss da sein, bis die weg, bis sie mich holen. Was ist da unten los? Hab den gehört? Was ich... Oh, Mist, er ist hier! Oh, Scheiße! Alter, genau, der sieht mich. Ich halt nicht gelockt. So, mein Medi-Kit, das nehme ich auch mal direkt. Sehr schön. Und das hier nehme ich auch direkt. Danke. So, komm ich irgendwie... Hier muss ich hin. Okay. Ja, das ist eine geile Idee. Jetzt können die vergessen, das noch irgendwie aufzubekommen. Auf die Art und Weise könnte ich auf den Kopf stellen und mit Ohren wackeln und kriege ich es nicht auf. Das gefällt mir. So, bevor wir jetzt hier weiter machen, möchte ich mal sagen, äh, wie ich immer gesagt hab, äh, ich muss weg. Und, äh, deswegen, wenn ich endlich stelle die Aufnahme, ja, und äh, sag, tschau, bis zum nächsten Mal.